Hallo und herzlich Willkommen zum ersten Exkursionsbericht des Projektes Spurensuche Niedersachsen Digital. Mein Name ist Florian Friedrich und ich präsentiere Ihnen heute einige der Ergebnisse unserer ersten Exkursion in den Landkreis Göttingen, gemann nauer gesagt, in die Gemeinde Bühren. Wir waren mit dem Ortsheimatpfleger Georg Hoffmann unterwegs, um uns interessante Kulturlandschaftsteile anzusehen. Herausragend ist in diesem Zusammenhang selbstverständlich der TIE in Bühren, ein historischer Versammlungsort der dörflichen Marktgenossenschaft, der als Kulturdenkmal eingetragen ist. Er hat nachweislich bereits vor 1350 existiert und ist nahezu unverändert. Der Ort, eingefasst von einer Sandsteinmauer, bestanden von elf Linden, im Kreis stehenden Linden, ist ein eindrucksvolles Kulturlandschaftselement inmitten des Ortes. Die dörfliche Marktgenossenschaft, also das heißt in diesem Zusammenhang die Hofstellenbesitzer Bührens, übten hier die niedere Gerichtsbarkeit aus und wählten unter anderem auch den Holzgräfer aus ihren Reihen, der die Nutzung des Waldes regelte. Das ging in Teilen so bis ins späte 19. Jahrhundert. Wie an vielen Orten in Bühren ist auch am TIE eine Informationstafel zu finden, die weitere Hintergründe erläutert. Der TIE stellt ein eindrucksvolles und prägendes Element Bührens dar und dient auch heute noch für Treffen und bei Dorffesten als Mittelpunkt. Die Altersbestimmung geht auf Ausgrabungen von 1961 zurück, bei denen Gussgruben gefunden wurden, und zwar jene Gruben, in denen die Glocken der Bührener Kirche gegossen wurden. Und das war nachweislich eben bei der älteren, großen Glocke, 1350 und bei der kleineren, 1473. Ebenfalls ein beeindruckendes Alter weist die Kreuzsteingruppe in Bühren auf. Der älteste Stein wird auf 1130 datiert. Es handelt sich dabei um mittelalterliche Sühnesteine, die für Morde, Totschläge von den Tätern, aber auch bei Unglücksfällen von den Angehörigen aufgestellt wurden und an die Seelen der Verstorbenen erinnern sollten. Sie standen in der Feldmark verstreut und wurden 1955 am alten Haasterherweg auf einem künstlich aufgeschütteten Hügel neu gesetzt, um sie vor Zerstörung in der Feldmark zu bewahren. An dieser Stelle wurden bis etwa 1875 die Kühe getränkt auf ihrem Rückweg aus dem Bramwald. Spuren sind davon nicht mehr viele zu sehen. Das Ufer war sicherlich seinerzeit flacher, das Ufer der Schede, dem Bach der Bühren durchfließt. Übrig geblieben ist noch der sogenannte Tränkestein, der Wasser von einer anderen, nämlich der Rasenbergquelle, also dem Rasenbergborn heranführte. Das ist noch zu sehen, aber ansonsten hat sich die Kulturlandschaft hier ziemlich gewandelt. Wir sehen aber auch noch unten links im Bild einen Abzweig, der Wasser ableitete, um eine der zeitweise fünf Mühlen in Bühren mit angestautem Wasser zu versorgen. Um die nötige Fallhöhe für das oberschlechtige Wasserrad der Rinkemühle zu erreichen, wurde das Wasser hier durch diese links im Bild zu sehende hölzerne Rinne geleitet, weiter am Schmiedeberg, am Hang des Schmiedeberges entlang und dann durch eine hölzerne Rinne bis zur Rinkemühle. Heutzutage treibt das hier angestaute Wasser nur noch eine Schauanlage an, ein privat aufgestelltes Wasserrad, mit dem kein Getreide mehr geschrotet wird. Auf die alten Mühlen, auch auf die Rinkemühle, verweist an der Stelle eine Infotafel. Einen Eindruck von der Geologie Bührens gewinnen wir an dieser etwa zehn Meter hohen Basaltwand am westlichen Rand des Dorfes. Hier hat in den Jahren 1962 bis 1969 Basaltabbau stattgefunden. Zusätzlich zu den Kulturlandschaftsteilen in Ortslage finden sich auch in der Umgebung Bührens interessante Objekte, vor allem im Wald. Hinzuweisen ist in diesem Zusammenhang auf die Hainbuchen, die Kopfhainbuchen am Sandberg, die einen alten Hudewaldbestand darstellen. Alle fünf Jahre etwa wurden die Bäume geköpft und durch die erhöhte Sonneneinstrahlung dann profitierte der Unterbewuchs, der sich wunderbar als Weide eignete, zuletzt 1960 dem letzten Schweinehütten von Bühren, Willi Ritter, der hier etwa 200 bis 220 Schweine eintreiben konnte. Ein regelrechtes Freiluftmuseum eines alten Hudewaldes bewahren die niedersächsischen Landesforsten im Bramwald an der Langbahn. Dort wird unter der Überschrift Nachhaltigkeit und mit der Hilfe von extensiver Beweidung einen Eindruck bewahrt, wie es früher in weiten Teilen der niedersächsischen Wälder ausgesehen hat. Unter den mit relativ weitem Abstand stehenden alten Eichen hat sich eine ganz eigene Bodenvegetation gebildet, die auch aus Artenschutz und ökologischen Gründen erhaltenswert ist. Um junge Eichen vor Verbissgeschützt heranzuziehen, um diese Waldweiden dann verjüngen zu können, wurden sogenannte Eichelkämpe angelegt. Ein gutes Dutzend gab es davon im Bramwald. Eines zeige ich Ihnen hier im DGM, im digitalen Geländemodell. Die Grenzen werden durch einen Erdwall gebildet, der sich hier im DGM deutlich abzeichnet. Und vor Ort finden wir dann auf diesem alten Erdwall ausgewachsene Hainbuchen, die seinerzeit vermutlich eine Hecke bildeten, um eben die der im Gehege befindlichen Eichenheister vor Verbiss zu schützen. Eine Besonderheit stellt auch die sogenannte Lange Bahn im Bramwald dar. Ein Forstwirtschaftsweg, der Mitte des 19. Jahrhunderts angelegt wurde, vor einer Länge von etwa 14 Kilometern die kürzeste Verbindung zwischen Schädetal und Nimetal darstellt und die Erschließung des Bramwaldes mit seinen rechtwinkligen Abteilungswegen möglich gemacht hat. Ein Teilstück dieser langen Bahn, etwa sechs Kilometer lang, verläuft kerzengerade, was vermutlich den Namen auch gegeben hat. Aber tatsächlich ist er sogar aus dem Mittelalter der Name und verweist auf die alte Grenzlage des Gebietes zwischen Weser und Weserhängen, ein sogenanntes Grenzgemenge, das die Lange Bahn begrenzte. Eine der zahlreichen eingefassten Quellen des Bramwaldes sehen wir hier im Bild. Sie ist 1920 entstanden und dem Forstmeister Kurt Michaelis gewidmet, der sich sehr verdient gemacht hat um den Bramwald, unter anderem durch die Erhaltung der Eichen. Er hat entgegen dem Zeittrend nicht mit Fichten aufgeforstet, sondern die Eiche weiter verbreitet in seinen Wäldern, was ihm bis heute einen großen, guten Ruf in Bühren einbringt. Forstmeister Kurt Michaelis war zwischen 1888 und 1921 Leiter der Oberförsterei Bramwald und unter anderem auch seine Waldarbeiter setzten ihm am Starmke-Haus einen weiteren Gedenkstein, um auf seine besonderen Verdienste hinzuweisen. Das Starmke-Häuschen selbst ist eine sogenannte Forstdiensthütte, die um 1800 erbaut wurde, 1970 allerdings abbrannte und danach neu gebaut wurde. Interessant ist die Sandstein-Eindeckung, die vom alten Hemler Forsthaus, das 1669 erbaut wurde, stammen soll. Die Forstdiensthütte diente dem Oberförster für seine Inspektionsfahrten durch den Bramwald als Unterkunft. Auch in der unmittelbaren Umgebung des Starmke-Häuschens finden sich interessante Kulturlandschaftsspuren, wie diese mit Sandstein eingefasste Quelle, die Starmke-Quelle, die den Eindruck eines Wassertretbeckens vermittelt. Und zwar ergibt es einen Zugang, eine Stufe als Zugang und einen Gedenkstein. Den Text hat dankenswerterweise der Ortsheimatpfleger Georg Hoffmann für uns entziffert. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank.